FESTHALTEN! Lauf! Oh mein Gott! HASH! Komm her. Vielleicht hab ich ja auch ein Händchen für dich. Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Jessica! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jess! Jess! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Scheiße! Fuck! Fuck! Oh mein Gott! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah�! وس... Weiter, weiter! Komm schon! Oh, shit! Nein, nein, verdammt! Nein, nein! Komm schon! Komm schon! Na los, Mikey, boi! Fuck! Fuck, fuck, fuck! Fuck, fuck! Oh, no! Michael! Jessica! Jessica! Jess! Jessica! Ich komme! Ich komme! Ich komme! Jessica! Ah! 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 Jessica! Hilf mir! Oh nein! Michael! Jess! Nein! Nein! Oh, Gott! Nein, Jessica! Oh, Gott! Jess! Jess! Bist du okay? Hilfe! Jessica! Was zur Hölle? Was zur Hölle? Ah! Oh! 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 Jetzt komm schon! Komm schon! Komm zu Papa! Oh! 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 Okay! Oh! Oh! Da ist er! Oh! 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 Gott! Scheiße, ich muss es schaffen! UNTERTITELUNG Scheiße! Was ist das für ein Bruder? Oh, was zum... Oh nein! Ashley! 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 Okay. 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 Was zum Teufel? Oh shit, nein! Ash! Woosh! Ashley! Ashley! Ist jemand da, Ashley? Ash? 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 Ashley? Ash? 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 Ich bin hier! Wo bist du? Ich weiß es! Bitte! Chris, bist du da? Hallo. Und danke, dass ihr alle gekommen seid. Heute führen wir ein kleines Experiment durch. Einen Test. Und für dieses Experiment brauchen wir die Mithilfe unserer beiden Testpersonen. Joshua und Ashley. Was? Aber wir brauchen noch einen mutigen Teilnehmer, der entscheiden wird, welche Testperson überlebt und welche stirbt. Oh nein! Oh mein Gott, oh mein Gott, Chris! Was kannst du nicht tun? Lass mich sofort hier runter, du Psychopath! Bitte, bitte beruhigt euch alle. Es ist ganz einfach. Christopher, direkt vor dir befindet sich ein Hebel. Alles, was du tun musst, ist zu entscheiden, wen du retten willst. Oh nein, bitte! Das kann nicht wahr sein! Scheiße, scheiße, nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist nicht fair! Okay, 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 okay. Alles ist bald okay. Oh, kack, 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 kack! Alter, Kumpel! Oh mein Gott, Chris! Du lässt mich doch nicht sterben! Dann gib mir eine Sekunde, ich... ich kann nicht denken, ja. Hä? Hä? Du musst nicht sterben! Ich muss mal raus! Danke! 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 Bitte nicht! Das ist Wahnsinn! Das ist krank! Das will ich mir nur ein, Chris! Bitte sag mir, dass ich mir das einbilde! Ich... 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 Nein! Chris! Oh nein, halt! Nein, 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 nein! Oh Gott, ja! Ich dachte, wir sind Freunde, Mann! Ich dachte, wir sind Freunde! Sorry, sorry, sorry! Warum tust du das? Das ist Wahnsinn! Bitte! Nein! Nein! Oh Gott, das kannst du nicht tun! Das hab ich dir getan! Oh mein Gott, ich aber kein Problem! Paul und hier noch... Na, nein, nein, nein! Nee, nicht... nicht hinsehe! Warum sind nicht Chris? Bitte sagt mir, es geht ihnen gut! Bitte! Ich komme, Es! Ich hole dich... ich hole dich da runter! Psst! Hör auf! Bitte! Komm, komm, Los! Wir hol dich da runter! Wir müssen hier raus. Psst, wir müssen weg, okay? Chris! Ashley! Blut? Blut? Was ist denn Blut ist das, Ash? Geht's dir gut? Chris, was ist passiert? Josh, was, Mann? Er ist tot. Direkt vor unseren Augen, Mann. Wovon redest du da? Er ist ein Psychopath. Er ist ein Psychopath? Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen. Ich versteh einfach nicht, was los ist. Hier ist ein Psychopath, und er hatte eine Säge, und es hieß er oder Ash, und was sollte ich denn erst tun? Sie hat ihn zersägt, wie war alles sein Blut durch die Gegend gespritzt. Was? Oh mein Gott, Chris, was? Ich, ich hab ihn getötet. Ich, Chris. Ich hab ihn getötet. Es war mal eine Schuld, Matt. Nein, nein, das ist verrückt. Wir müssen Hilfe holen. Einfach durchgesicht. Hey, wir werden die Sache klären. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Matt, wir müssen sofort Hilfe holen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Chris, Sie hat recht. Wer weiß, wer der Nächste ist? Wir müssen hier weg. Ja, ja, das ist das einzig Vernünftige. Wir holen Hilfe. Du willst dich doch nur selbst retten. Nein, ich will bloß nichts übereilen und uns am Ende noch alle umbringen. Such du die anderen zusammen, und ich hole Hilfe. Mit Matt, ja? Ähm, okay. Okay. Da sind wir wieder. Ja, da draußen wird es ziemlich heftig, nicht wahr? Läuft die Nacht so, wie du es gehofft hattest? Hm, ich verstehe. Und glaubst du, diese armen Menschen kriegen, was sie verdienen? Ich will dir doch helfen. Und dieses Spiel, das du spielst, dir ist klar, dass es nicht gut für dich ist, nicht gut für irgendwen. Und ich erkenne nicht besonders viel Ehrlichkeit in der Art, wie du spielst. Hast du jetzt vor, dich weiterhin an diesem Komplott zu ergötzen? Glaubst du überhaupt, dass ich echt bin? Ähm, der Kern des Problems, alles läuft darauf hinaus. Kannst du wirklich noch den Unterschied erkennen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich weiss,